So, moin Leute. Heute fällen wir diesen gigantischen Baum in einem Innenhof. Diesmal leider ohne Kran, weil dies diesmal nicht möglich war von den Gegebenheiten, aber mit einer riesen Hebebühne, die auf 35 Meter kommt. Bei dem Baum ist einfach die Standsicherheit nicht mehr gegeben, deswegen der Fällantrag gestellt und auch direkt genehmigt. Der Baum ist auch ungefähr 35 Meter, deswegen haben wir halt eine Spezialhebebühne, die auch auf 35 Meter kommt. Die bekommt man auch nicht so leicht. Die mussten wir auch schon einen Monat im Voraus reservieren. Die ist zumindest schon mal da. Jetzt gerade hat die auch ihre kleinen Probleme, aber wir bekommen das auch gleich gelöst und hoffentlich ist sie dann gleich aufgebaut. Und dann sind wir dann startklar, wenn Chris, unser Baumpfleger, auch ankommt mit dem Häcksler. Ja, alle sind schon hyped auf die Aktion. So, hier muss dann unser kleiner, ich wollte schon wieder Klan sagen, unsere kleine Hebebühne durchfahren. Das müsste gehen, Augenmaß geht das. Genau, durch, durch Messer geteilt durch 5. Mal Pi. Mal Pi. Und dann geht's, dann geht's. Jesus Christ. That was a close call. Wir bauen jetzt die Hebebühne auf, sperren hier alles ab. Wir bauen jetzt die Hebebühne auf, sperren derweil schon mal ab, damit hier nicht irgendwelche unerwünschten Besucher uns in die Quere kommen. Marv macht schon richtig Action. Die Spinne, die vierbeinige Spinne. Da haben wir die, der Terror-Biber. So, das ist die heutige Maschinenflotte. Von klein bis groß alles dabei. Alles hier ist denkmalgeschützt. Auch dieser wunderschöne Brunnen mit den wunderschönen Fischen. Ist das ein Fisch oder ist das ein Optikus? Das ist Mbappé. Ach scheiße, der hört alles, gell, was wir sagen. Ja, Mann, scheiße. Wir dürfen nicht lästern. Ja, ist doch geil. Ich bin ganz voll der ***. So später im Büro fang ich ganz so weit. Bitte. Lukas ist hier gerade völlig elegant gegen die Absperrung gelaufen, die vorhin auch noch von einem Arbeitskollegen installiert wurde. Das heißt, man kommt nicht durch, ja. Es funktioniert, also das Flatterband erfüllt seinen Zweck, genau. Kräftig dagegen laufen, am besten im Gesicht. So, nach zehn Jahren Technical Difficulties geht es jetzt endlich hoch. Digga, der Stamm ist so fett. 3,30 Meter Umfang. Die drehen den Baum. Wofür ist dieses blaue Ding am Baum da? Das da. Sicherung ist voller. Man kann durch Reibung die Fallgeschwindigkeit des Astes verringern. Der wird oben festgeknottet. Das andere Ende kommt hier nach unten. Das andere Ende kommt hier nach unten. Ich laufe, wird einmal drum gelegt, stelle mich in einige Entfernung und lasse das Ding dann langsam runter. Vor allem der Achter kann ja auch senkrecht fallen und dann zur Seite kippen und eine Scheibe einschlagen. Das wollen wir ja alles nicht. Was geht? Der Hiob! Was soll ich sagen? Ich weiß nicht. Was machst du hier? Was machst du hier mit dem Radlader? Wir fahren jetzt mit dem Radlader sozusagen das ganze Zeug raus, was die zwei anderen runterschneiden. Okay. Also jetzt fangen Sie schon mal an damit. Ja genau, das Kleinzeug und dann das Häcksemer und dann, wenn die Stämme kommen, das haben wir darauf hängen. Geil. Genau. Helm, Lungenbrötchen. Ich bin immer richtig nah an deinem Gesicht. Jedes Mal. Ich bin so drinnen einfach, locked in. So, während die Jungs ja oben auf dem Baum sind und hier schon mal die Vorarbeit leisten, bringen die anderen das Astgut schon mal weg. Und zwar zum Häcksler, damit wir schön effizient das alles wegfahren können. Später kommt dann auch noch ein Laster. Lukas trägt jetzt die größeren Äste schon mal in die Schaufel vom Radlader, damit wir das dann auch alles gleichzeitig wegtransportieren können. Alter, der ist echt um einiges größer, als wir dachten. Nee, Wahnsinn. Der ist fucking fett. Wir machen nochmal alles fresh. Wir müssen die Hebebühne jetzt nochmal umstellen, weil wir nicht in den Außenarztbereich kommen. Dann geht's weiter. In dem Fall von diesem Auftrag, hier hat der Auftraggeber sich im Vorhinein um ein Gutachten gekümmert und dann den Antrag gestellt für die Baumfällung. Hier haben wir den Fall, dass der Baum halt eine Stammfeule hat und deswegen die Standsicherheit nicht mehr langfristig garantiert werden kann und ja, einfach hier gewisse Sicherheitsrisiken sind. Auch bei euch im Privatgarten oder wo auch immer, auf welcher Anlage ein Baum steht, muss immer die Sicherheit gewährleistet werden. Wenn man halt sieht, optisch schon, dass es dem Baum nicht gut geht, da sterben Äste viele ab, es fallen morsche Äste runter, es bilden sich irgendwelche komisch aussehenden Pilze, holt auf jeden Fall einen Experten dazu, wie zum Beispiel von uns ein Baumkontrolleur, der kann euch schon mal beraten und auch helfen, den Baumfällantrag auszufüllen, den man dann an die Untergang Naturschutzbehörde hier in München stellt oder an die jeweilige Baumbehörde bei euch oder also Naturschutzbehörde, die zuständig ist. Es gibt auch Spezialunternehmen, die in eurem Baum dann Bohrungen machen können und mit bestimmten Messgeräten messen können, wie es dem Baum geht. Sowas können wir natürlich auch gerne für euch organisieren, wenn es dann wirklich nicht ganz klar ist, ob der Baum fällungswürdig ist oder nicht oder die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist. Falls sowas bei euch gemacht werden muss, meldet euch gerne. So, viel Fortschritt. Was ist hier passiert? Alles ist weg. Guck mal, der Lukas. Guck mal hoch. Halbnackt. Ja, der Baum. So, jetzt sehen wir das ganze Ding mal in Action. Wir bremsen ab. So, ein bisschen Sicherheitsabfremd hier. Genau, sicherheit, schön. Eigentlich nur eine Wicklung, aber jetzt bin ich da noch einmal drum gegangen. Muss ich nicht ganz so viel ziehen. Jetzt gerade schon die Handschuhe wegge... Und davor hast du nur einmal eine Runde gemacht und da war weniger Reibung und du bist hier weggezogen worden. Es war weniger Reibung und ich bin hier hinterhergezogen. Jetzt mal eine mehr. Jetzt schauen wir mal an, was die Jungs da treiben. Ich gehe mal hier ein bisschen weiter weg. Ich komme halt wieder. Die Krone wurde nämlich eben schon gekappt. Jetzt wird der Baum Stück für Stück von oben klein gesägt. Damit das hier ganz kontrolliert runterfallen kann, wird das hier schön mit dieser Konstruktion quasi abgebremst und abgeseilt. So, der Lukas zeigt es hier vorbildlich. Breitbeinig aufstellen. Eine führende Hand. Lukas begibt sich hier in Position. Und er fällt. Und Lukas wird hier nach vorne gegießt. Die Junge, Junge. Alles gut. Touchdown. Zack, touchdown. Ist ja wie am Hafen hier, ne Lukas? Oh ja. Kennst du diese Videos von diesen Hafenleuten? Ja. Ja. Da kommst du auch. Eigentlich müsstest du das machen. Ich? Ich bin kein Hamburger, ich bin Kölner. Naja, stimmt. Ich habe was mit Karneval am Hut. Darf ich auch ins Schluss? So, da kannst du uns vielleicht nochmal im Detail zeigen, wie du das hier bindest. Eine Schlaufe. Schlaufe. Drüber. Hinter dieses Fahne. Ja. So. Das war's. Und wenn ich jetzt noch mehr Reifung erzeugen wollen würde, würde ich jetzt hier einmal so rumgehen, wenn ein Handschuh nicht dazwischen ist, und dann ist das noch stabiler. Okay. Ja. Und das machst du abhängig vom Gewicht des Baumstabts? Das mache ich abhängig vom Gewicht des Baumstabts. Okay. Okay, okay, okay. So. Die Astronauten sind down. Hell fucking yes. Hell fucking yes. Da geht richtig was. Michael Jordan und Scotty Pippen des Gartenbaus. Habt ihr gucken mal, klasse. Ja? Das ist stark. Die Stämme darfst du noch einen Ticken mehr durchlaufen lassen, ansonsten ist super. Also keinen expliziten Stopp, dass du gegen einen Stamm kommst du? Ja, das habe ich nach dem einen Mal nicht gemacht, wo es mich hinterhergezogen hat. Ach so. Weil ich nicht, wie gesagt... Wenn du dich so hinterher ziehst, dann machst du eine Wicklung drum. Und dann kannst du das halt ganz locker machen. Und wenn du merkst, es kommt zu schnell, dann ein bisschen Bremsen. Ja, bei dem ersten habe ich immer versucht, dann bin ich immer hinterhergelaufen, damit der dann irgendwann kommt man so langsam statt der Handschuhe an. Die haben sich verbrannt. Wo war das bei der Kiefer, wo ich mir die ganzen Trigger verbrannt habe? Die Ringer, die ganze Hand von dir. Ja, der hier ist, trägt hier alles Stück für Stück raus. Jeden einzelnen Ast. Problem? Eingeklemmt. 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 Man, die fast alle sind. Man versucht hier sachte, die Schlaufe zu lösen. Im schlimmsten Fall haut uns das Ding hier um die Ohren. Lukas, Nerven liegen blank. Hä? Deine Nerven liegen blank, sag ich. Ein bisschen, ja. Allein auf der solchen Tante, okay? Davor kannst du kurz die Kamera rausmachen, bitte... Ja. Oh Junge. Angespannt. Das ist hier richtig typisch 17 Uhr, sagt er. Ja, der hier ist... Ja, sonst wäre es zu einfach. Der LKW ist auch schon da. Wartet auf das Holz. Das Holz, was noch ein bisschen da zu sehr an dem Baum dran ist. Schwierige Schütze werden jetzt ausgefahren. Trotzdem Seil ziehen. So, mit Hilfe des Radladers versuchen wir jetzt hier, das gesichert runter zu bringen, das Ganze. Versuchen, die Spannung rauszunehmen aus dem Seil unten. Versuchen, die Spannung unten rauszunehmen. Das Seil hat sich nämlich verkantet. Das ist so, ne? Ja, in dem Fall ist eine Schlaufe hinten rum. Ich freue mich noch mal, wo es eigentlich nicht im Wörter ist. Ja, ohne den Lader rennen wir jetzt am Arsch. Da hilft nicht viel. Da wird jetzt das Ding mal ein bisschen zu erkleinert, um ein bisschen Gewicht rauszunehmen. Weil sonst bewegt sich das wirklich keinen Millimeter. So, und jetzt hoffen wir, dass es hier mal vorangeht. Dass das funktioniert. Und jetzt geht's los. Und langsam. Wir haben es geschafft. Let's go. So, und das war's auch. Let's fucking go. Digga, du hast es gerade verpasst. Was denn? Es ist jetzt runtergekommen. Die haben es geschafft. Was, das nervige Stück? Ja. Das ist hängen geblieben. So, Soli ist auch da. Willkommen. Oh, die Helmabdrücke. So Leute, ich bin mal wieder zum Abdrehen da. Hat alles gut geklappt. Manche Sachen nicht so. Aber wir stellen fest, unser Team mit gekonnten Handgriffen wird hier alles geregelt. Remi, bist du zufrieden mit dem Verlauf des Projekts? Das geht. Ja, wir hatten ein paar Komplikationen, aber die Jungs ziehen richtig durch. Die geben das Beste. Und wir hoffen, dass wir heute noch fertig werden mit dem ganzen Spaß. Deswegen bin ich ja jetzt da. Also, auf geht's. Abonnieren, subscriben, liken. Was wolltest du sagen? Der LKW wartet draußen. Und es heißt, das ganze Zeug zu fressen. Und die Uhr läuft, weil der kostet auf die Stunde. So, auf geht's. Tschau Leute, abonniert uns. Tschau. Ab durch die Ecke.